Mein Name ist Natalia Filosenko und ich bin Patin für das Werk Heiliger Hieronymus von El Greco. Ich habe mich für dieses Bild entschieden, weil ich die Figur des Heiligen Hieronymus sehr spannend finde. Es ist eine wichtige, eine bedeutende Persönlichkeit in der Kirchengeschichte, eine der vier lateinischen Kirchenväter. Er war ein spannender Mann, ein sehr kluger Mann, ein Philosoph, ein Gelehrter, ein Polyglot, der seinerzeit viele Sprachen sprach. Und eine seiner wichtigsten Leistungen ist sicherlich die Übersetzung der Heiligen Schrift der Bibel ins Latein. Und diese sogenannte Vulgata, die bildet heute noch eine maßgebliche Grundlage der katholischen Kirche. Aber Heiliger Hieronymus war auch kein einfacher Mensch. Er hat ein sehr asketisches Leben gelebt, er war aber auch sehr temperamentvoll. Er hat übrigens auch nicht mit der innerkirchlichen Kritik gespart, was oft zu Spannungen geführt hatte. Und am Ende vielleicht auch dazu, dass er sein Leben lang trotz seiner Bedeutung einfacher Priester blieb. El Greco zeigt uns in diesem Werk den heiligen Hieronymus, diesen Heiligen. Aber er erzählt uns auch eine Geschichte. Der Hieronymus wird spärlich beleuchtet dargestellt und ist umgeben von den Attributen, die symbolisch für sein Leben und für sein Lebenswerk stehen. Das ist zum einen die Bibel, der Totenschädel, also Symbol für sein Büßer-Dasein, hält ein Kruzifix in einer Hand und in der anderen Hand schlägt er sich mit einem Stein an die Brust, was auch auf eine biblische Geschichte zurückgeht. Insofern ist es ein sehr spannendes Werk, was das Leben vom Heiligen erzählt, aber auch ein sehr ausdrucksstarkes Bild ist, weil wir auch die asketische Stränge des Heiligen sehen. Das kommt sehr, sehr gut zur Geltung. Und ich glaube, dass es wirklich eines dieser Werke ist, die man nicht so schnell vergisst, wenn man es einmal gesehen hat. Und das möchte ich tun. Ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten den Menschen die Geschichte vom Heiligen Hieronymus erzählen, aber auch etwas über das Kunstwerk von El Greco, das einen festen Platz in der Kunstgeschichte hat.